Na, auch wieder eine tolle Karte und es ist wieder IBANA Zeit und dann Metall oder Salz und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Wo ist IBANA? Rechts heute jetzt in der neuen Anordnung. Ein Hilly-Billy spielt im Gegner-Team. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuschmieren. Ich guck Obstladen. Cool. Das freut IBANA sehr und es ist auch noch dunkel draußen, das ist gut. Könnte ich nicht rausgucken, wir können wunderschön rein loopen. Und bei der Bombe ist gar keiner. Die Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ah. Da will auch keiner runterkommen. Kamerafrau. Oder war jemand? Füße? Da. Frau Frost. Einsatz in 10 Sekunden. Sieh dich. Sieh dich. Nimm Fuse und mach die Willkommensmatten kaputt. Kapkorn. 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 Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Rausrenner. Kamera rausrenner. Frau. Ach Quatsch. Ich muss ja noch eine Kamera. Aber die kann ich auch von oben machen. Ah, die ist schön. Ah, die haben Strom, aber die haben nicht so viel Strom. Mal gucken, wo er geströmt hat. Störsinnermann haben sie nicht. Das ist gut. Ah, gerade da Strom, wo es nicht sein soll. Wobei... Ach, da war mal ein Mira-Fenster. Scheiße. Spock gerade zerstört. Ach, ist ja bloß Pappe sehe ich gerade. Mira, geh weg. Du kommst mal zu zerstören. Sprengladung steht. Durchbruch. Teamgerät zerstört. Oben ist fleißig offen. Zwei Minuten noch. Bitte den Kairos mal jemanden umbringen, das wärs. Nein. Oah. Was ist denn das, ne? Sind die Leute im Treppenhaus? Hm, da kommen Schüsse raus. Links ist drin, ja. Mein Gegner verbleibt. Du musst jetzt da auch ein bisschen was machen. Ich mach ja schon wie wild alles auf. Ja. Geil. Glaub ich auf der anderen Seite. Bei mir entschärfer vielleicht. Dann decke ich jetzt hier den Turm ab, falls jemand raushüpfen will. Wer hängt denn hier? Ist das Bug? Geil. Ja, da ist er. Entschärfer wurde zurückgeholt. Wer will da entschärfen? Geil. Geh aus der Kamera raus und beweg die. Der ist. Gegner eliminiert. Eigener Trupp erfolgreich. Wie er es da mal wieder fallen lässt. Er hat ja nicht mehr Fehler gehabt gehabt. Ja, bei dem Raum muss die ziemlich weit reingehen. Oh, jetzt sind wir auch da drin. Ein drittes Obergeschoss und ein erstes Obergeschoss. Ha. Ja, weil die eine Treppe inzwischen die Temperatur hat. Beide Ströme haben wir schon. Ah, Cap Camino bringt es nicht. Ist ja bloß eine. Ist ja bloß eine Tür oben. Das Fenster kann man eigentlich sein lassen. Das oben muss auf jeden Fall verstärkt werden und die Luke muss auf. Die Bomben schützen. Ich habe schon 10 geriert. Ähm. Au. Ein Lebenspunkt weniger. Dein alter Arsch. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Oh, Willkommensmatten. Äh, Matten zum Anziehen haben wir auch. Achtung. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Es bleiben noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Im Ende gehen die unten mit Leichtigkeit rein. Hier oben ist alles zu, aber unten kommt sie an. Eine Wand ist hier oben noch offen. Das ist blöd. Wo habe ich denn? Haben sie kaputt gemacht mit Twitch? Oh. Oh. Wieso? Ist schon jemand drin oben? Ash ist oben drin. Wo hing ich denn jetzt wieder? Ich wollte von der Luke her weg. Neues Magazin wird geladen. Splittergranate. Unten kommt es hoch. Achtung, okay. Oh, was? Ich habe... Oh, scheiße. Die Schrotflinte auf kurzem Ferne. Ich habe ihn auch getroffen, Alter. Aber dann ist Schall gedämpft. Er hätte aber... Dass er nicht umgefallen ist, ey. Die eine Wand, die offen war. Der Parkraum oben ist fies. Aber gut ist er auch. Oh Mann, das kotzt mich an, ey. Dass die jetzt nicht... So kackelnd. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Ich habe oben gehört und wollte mich gleich umdrehen, da hinfahren. Hier sind sie. Da jetzt... Frau Frost haben sie. Ne, das ist... Ach, Echo. Ah, Frau Frost haben sie auch. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Ja, ich habe die... Ich habe die so gar nicht gesehen. Die Kamera hat diesmal... Bestenfalls, wenn du beschossen wirst mit der Drohne und es gibt Frau Frost, dann auf eine Matte fahren und da ein bisschen herumbewegen. Das ist ein bisschen... Ich habe die Luft gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Was? Macht jemand fleißig die Kamera kaputt? Ah, hier haben sie verstärkt, schade, weil hier hat ja mal so viel aufgemacht am gelben Ping. Oh, da hing jemand außen von uns und ist gestorben. Hallo. Irgendwie ist der hier gestorben. Da ist auch jemand, der am gelben Ping ist, jemand. Unten ist Bandit. Am gelben Ping ist noch jemand. Fast, Kopfschuss. Haben verletzt, tot. Das war, glaube ich, Störsendermann. Wo hänge ich denn jetzt? Jetzt rennt er da weg. Scheiße. Unten ist bei noch Bandit bei mir unten. Ich glaube, der liegt jetzt auf der Treppe bei mir. Am Turm. Nein. Oh, shoot. Echo ist. Nicht ganz oben. Was, ganz oben? Nicht ganz oben. Aber da oben ist jemand, das ist Bandit. Der Brenner ist starker. Ist der wohin gerannt? Rückkammer auf. Oh. Hoffentlich ist der jetzt nicht bei mir, der Gegner. Ach, das war die letzte Ohne. Mathe. Jetzt rennt er da hin. Mathe finde ich jetzt. Achtung. Nö, den Gegnerkopf. Was denn hier? Gegner neutralisiert. Eigner Druck erfolgreich. Flasche leer. Flaschen dient. Schon 2-1. Das ging schnell. Matchball. Matchball? Fußballzimmer. Bandit mit Elite-Outfit. Achse 13 heißt das Ding. Was ist da? Ja. Chanka. Hier macht er bestimmt schon zu. Hier war keine Lucan. Dann Außenmann zu. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Wir müssen bereit machen. Nein, ich werde entdeckt beim Miene anbringen. Im Gemüse ist für jemand. Bestimmt. Ich spawne hinten beim Turm. Rot markiert 3. Ich lade ein neues Pfeilabin. Echo, Bug, Ibana, Kapitao, Ash. Echo, Ibana. Fehlt noch jemand. Ich bin gleich wieder mobil. Zugriffssperre angeboten. Bereitschaft zu machen. Tür im Auge behalten. Interhalt gelegt. Sicherheitsabhängigkeit. Seht sich schon jemand bei der B-Bombe außen? Also da im gelben Ping. Video wurde eingesetzt. Oh. Jetzt haben die da aufgemacht, wo die vorhin verstärkt haben. Gegenüber der Tür zum Turm ist oben offen. Einen Operator des eigenen Trupps verbleibt. Woher wusste der denn das schon? Zwei Assistenten. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Ich habe... Yo, Schulz. Ähm, da habe ich das neue Foto von Matthias gesehen. Ich verstehe das nicht. Ja, er will halt ein bisschen flexen, dass er halbwegs gute Runde hat im... Keine Ahnung. Wie keesert er denn? Ja, steht halt nicht. Ich weiß nicht. Ich habe leider keine Runde von deinem, von unserem One gemacht. Ein Run. Ja. Seid ihr jetzt fertig oder? Ne, Matchballverlängerung. Auf jeden Fall jetzt letzte Runde. Lass mal einspielen. Äh, lass mal Terroristenjagd spielen. Ja, kurz. Mach mich eins. Äh, noch. Fünf gegen fünf. Zwei zu zwei. Wir müssen eine Bombe aufschwören. Hey, du, wo ist's? Ups. Drum wird nicht zugemacht. Na, hier hat er eine Bombe gefunden. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Oh, 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 oh. Vigil haben sie. Was? Das war Kapkan. Äh? Wie hat die jetzt in meine Bombe kaputt gemacht? Ich möchte, dass die Dicke auch in die Dicke kommen. Fünf Sekunden bis Einsatz. Kapkan, Witschlunden, Fragezeichen. ...gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Hey, zum ersten Mal ist die Kamera ganz. Was? Was? Geben, mich laden her! Da will ich auch fast eine Maus... Maustür zu stellen Eliminierungsassistent, cool Geck dich hin! Symptome ist einer Ok Oh leil, hat das für eine eigene Maus-Settings oder was? Der hat wohl einiges langsamer Der Brenner ist Starter Ich brech ihn durch Ein Gegner verbleibt Ah, das Störsender, oder was? Ich geh nach oben Zum Turm noch, ok Kommt jetzt zu dir raus Ja, er ist fast Oh leil Eigener Trug auf die Gegend Oh leil, was macht der Münch hier, oder? Keine Ahnung Das war mal ne richtig, richtig coole... Favela-Partie Nicht nur weil wir gewonnen haben und es einfach viel los war Nicht nur deswegen, einfach das Gesamtbild Das war cool Und bis zum nächsten Mal Macht's gut Und tschüss tschüss Du hast es Ja, das war Dich 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 Dich